An einigen Tagen leben wir, als würde unser Leben ewig dauern. An diesen Tagen sind wir uns sicher, dass vieles in unserem Leben lange so bleibt, wie es ist. Wir stehen auf, gehen geregelten Tätigkeiten nach, haben eine Struktur, die uns Halt gibt. An anderen Tagen wiederum wird uns klar, wie zerbrechlich das alles ist. Als könnte es binnen Sekunden wieder in sich zusammenfallen. Als wäre im Leben nichts von Dauer. Am Ende alles nur eine Momentaufnahme. Ein kurzes Aufleuchten. Und dann müssen wir ehrlich zu uns sein. Stabilität und Sicherheit ist tatsächlich zu jeder Zeit eine Illusion. Wir beginnen Jobs und Projekte und beenden sie. Menschen kommen und gehen in unserem Leben. Gleichzeitig dreht sich die Welt immer schneller, Veränderung drückt auf das Gaspedal. Sie lässt uns dabei unsicher zurück. Wie sieht meine Zukunft aus? Wie gelingt es mir, Veränderung zu akzeptieren und sogar zu begrüßen? Und wie komme ich dabei meinen Träumen näher? Um auf diese Fragen Antworten zu finden, müssen wir uns immer wieder neu erfinden. Neu erfinden müssen wir uns ständig und zu jeder Zeit. Doch der Jahresanfang bietet sich als symbolische Übergangszeit ganz besonders an. Auch ich justiere meinen Kompass gerade neu und versuche mir klar zu werden in dem, was ich mir wünsche und was es dafür braucht, um diese Wünsche Realität werden zu lassen. Wie du dich genau jetzt in diesem Moment neu erfindest und wie wir dabei am besten vorgehen, das finden wir in diesem Video gemeinsam heraus. Innerhalb des letzten Jahres veränderte sich bei mir alles. Ich gab meine erste eigene Firma auf, zog aus meiner alten WG aus und ging für mehrere Monate auf Reisen. Wieder angekommen zu Hause, hatte ich keinen Job, keine Wohnung und meine Beziehung fand auch ihr Ende. Innerhalb weniger Monate baute ich mein Leben von Null wieder auf. Neue WG, neuer Job und seit diesem Sommer auch eine neue Beziehung. Neue Ideen und Inspiration für das Leben und meine Zukunft. Ein neuer Weg. Letztes Jahr um die Zeit, da ging es mir echt scheiße, bin ich ehrlich mit euch. Ich wusste nicht, was die Zukunft bringen wird und ich wusste auch nicht, wie ich da hinkomme, wo ich überhaupt hin möchte. Und da hätte mir definitiv so ein Video wie dieses hier geholfen und das ist auch der Grund, warum ich das Video jetzt hier mache. Es soll eine ganz praktische Anleitung sein, wie du dich selbst neu kennenlernen und auch deine Träume wahr werden lassen kannst. Reflektieren, Pläne schmieden und sich immer wieder neu erfinden, das ist übrigens in jeder Lebenssituation relevant und bereichernd. Also selbst wenn du gerade denkst, es läuft doch eigentlich alles gut, ich bin am Flow. Deshalb starten wir mit dem Status Quo. Wo stehst du aktuell? Wir fahren dann fort mit der Mission. Basierend auf deiner Mission setzen wir dann Ziele. Und ganz wichtig für die Erreichung der Ziele ist die Visualisierung, damit wir auch ins Tun kommen. Vorab, unsere Wege müssen sich nach diesem Video nicht wieder trennen, sondern ich habe gemerkt, ich möchte mit euch länger im Kontakt bleiben und auch direkter im Austausch sein und starte deshalb ein kleines Experiment. Und zwar eine WhatsApp-Community. In dieser Community, da gibt es von mir monatlich Impulse und Inspiration, um zu mehr Klarheit und Gelassenheit zu gelangen. Also, wenn das ein Thema für dich ist, dann einfach mal unten auf den Link klicken in der Videobeschreibung und Teil der Community werden. Warum überhaupt neu erfinden? Sind wir den Dingen nicht eh einfach ausgeliefert? Was liegt denn schon wirklich in unserer Hand? Ja, es stimmt schon. Viele Dinge können wir nicht kontrollieren. Welche Krisen es da draußen in der Welt gibt und in welcher Konstellation die Planeten zueinander stehen, das liegt vielleicht nicht direkt in unserer Hand. Gerade in einer Zeit von multiplen Krisen erleben viele von uns ein Gefühl von Ohnmacht. Und dieses Gefühl von Ohnmacht, das führt dann wiederum dazu, dass wir uns gelähmt fühlen und dass Hoffnung schwindet. Ich für meinen Teil begreife mich gerne als Teil des Großen und Ganzen und möchte spüren können, dass mein Handeln und Tun wirkt. Das ist die Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Also die innere Überzeugung, schwierige oder herausfordernde Situationen gut meistern zu können, aus einem Selbst heraus. Meiner Erfahrung nach die beste Medizin gegen Ohnmacht. Teil 1. Status Quo. Um den Status Quo zu erfassen und ein Gefühl der letzten Monate zu kriegen, kann es sinnvoll sein, noch einmal durch das eigene Tagebuch, Journal oder wenn du nichts aufgeschrieben hast, auch einfach durch den Kalender zu blättern oder durch deine Fotos zu scrollen. Krieg ein Gefühl dafür, was dir wichtig war. Welche Erfahrungen du gemacht hast, was sich für Schwierigkeiten ergeben haben und wie du damit umgegangen bist und vor allem, was du gelernt hast. Ich bin super dankbar dafür, dass ich dieses Jahr so regelmäßig gejournalt habe und dadurch wirklich schauen kann, an welchen Tagen ich mich wie gefühlt habe. Das ist super wertvoll. Fragen, die in dieser Phase helfen können. Erstens Reflexion. Welche Fortschritte habe ich bisher gemacht? Betrachte die Meilensteine auf dem Weg zu deinen Zielen. Welche Erfolge hast du bereits erzielt und was kannst du daraus lernen? Welche Träume und Wünsche haben sich erfüllt? Zweitens Abgleich. Welche Veränderungen in meinen Prioritäten haben sich in welchem Bereich ergeben? Welche Menschen habe ich dieses Jahr getroffen und wie haben sie mich beeinflusst? Menschen und Umstände ändern sich. Frage dich, ob sich deine Prioritäten im Laufe der Zeit verschoben haben und ob dies Einfluss auf deine Ziele hat. Fühle ich mich noch mit meinen Zielen, Träumen und Wünschen verbunden? Teil 2. Mission finden. Stell dir vor, du wirst mit einer großzügigen Förderung bedacht. Ab nächstem Jahr stehen dir jeden Monat 5000 Euro zur Verfügung. Und du musst in deinem bisherigen Job nicht mehr arbeiten, wirst von allen Verpflichtungen befreit und dein aktueller Job, der bleibt dir auch erhalten. Also wenn du irgendwann mal wieder zurückkehren willst, dann kannst du dahin zurückkehren. Was würdest du mit dieser Zeit, die dir zur Verfügung steht, anstellen? Bevor es um konkrete Ziele gehen kann, geht es erstmal darum, deine Mission für das kommende Jahr zu finden. Und welche Fragen dir dabei helfen können, ist zum Beispiel die Frage, welchen Unterschied möchtest du für dich und auch für andere im kommenden Jahr machen? Oder wovon hast du schon immer geträumt, aber es bislang noch nicht geschafft zu starten? Wolltest du vielleicht schon immer mal ein neues Handwerk ausprobieren, eine neue Sprache lernen, einen neuen Sport ausprobieren, was auch immer es sein mag? Stell dir vor, wie sich das anfühlt, wenn diese Mission wirklich Realität geworden ist. Wie fühlte es sich für dich an? Wie hat sich dein Leben verändert? Erst wenn du daraus einen inneren Antrieb entwickelt hast, dann geht es ans Eingemachte. Teil 3. Ziele setzen. Das Leben im Flow hat seinen Charme. Aber Ziele sind wichtig, um seine Träume und Wünsche auch zu erreichen. Vielleicht muss es sich gar nicht um einen Widerspruch zwischen Flow und Zielsetzung handeln. Vielleicht bringen uns Ziele überhaupt erst so richtig in Gang, sodass wir dann den Flow-Zustand genießen können. Ich glaube, hier gilt es nochmal eine Unterscheidung zu machen. Also, was genau ist der Unterschied zwischen Zielen und Träumen und Wünschen? Ein Ziel zu haben bedeutet, unser Verhalten gezielt auf etwas Wünschenswertes in der Zukunft auszurichten, dessen Verwirklichung wir als positiv erachten. Oder auch A goal is a dream with a deadline. Napoleon Hill. Ziele beeinflussen also konkret, wie wir uns im Alltag verhalten müssen, um einen gewissen Zustand in der Zukunft zu erreichen. Bei Träumen und Wünschen, da ist das Ganze ein bisschen abstrakter. Es kann manchmal nur ein Bild sein oder vielleicht auch manchmal nur ein Gefühl. Und wir wissen aber noch nicht ganz genau, wie wir dahin kommen. Ich habe mir in den letzten Jahren sehr gerne Ziele gesetzt zum Jahresanfang, habe aber gemerkt, dass es nicht immer ganz funktioniert hat. Und das lag vor allem darin, dass ich eher den Kopf mitgenommen habe, aber ganz oft das Herz nicht. Und ich glaube, durch die Träume und Wünsche und durch dieses zum Anfang Großdenken können wir auch das Herz erst mal mitnehmen. Und alles andere, wie man denn da hinkommt, das kann dann der Kopf ganz gut. Deswegen versuche ich das dieses Jahr auch etwas mehr zu kombinieren und die Träume und Wünsche erst mal dazu zu nutzen, um mir Dinge zu verbildlichen, Bilder klar zu machen und die konkreten Ziele, um dann zu wissen, wie komme ich da hin. Was sind meine gegenwärtigen Ziele, Träume und Wünsche? Überlege, welche kurzfristigen und langfristigen Ziele du gegenwärtig verfolgst. Wenn du keine Ziele hast, mach es zum Ziel, deine Mission zu finden. Sind sie klar definiert und relevant für deine langfristigen Träume? Welche Ziele aus deinem Abgleich überträgst du ins neue Jahr? Ich für meinen Teil möchte wieder mehr Neues lernen, mehr zum lebenslangen Lerner werden und nicht, um daraus immer etwas zu machen, etwas zu monetarisieren, sondern einfach, weil es mich intrinsisch motiviert und begeistert. Bei der Zielsetzung weiß man aus der Psychologie, dass es sinnvoll ist, sich zu überlegen, wann genau werde ich eigentlich was machen. Das nennt sich dann, Achtung, super verkopft, Implementierungsintention. Also, wenn Situation X auftritt, mache ich Y. Beispiel. Wenn ich mein Instrument für eine halbe Stunde lang spielen kann, werde ich das erste Mal vor Publikum auftreten. Oder, um in meinem Beispiel zu bleiben, wenn ich morgens meinen Kaffee getrunken habe, werde ich 20 Minuten in meine persönliche Weiterbildung investieren. Was hindert mich an der Erreichung meiner Ziele? Wir erzählen uns ständig eigene Geschichten über uns selbst. Am düstesten sind die Geschichten, wenn unsere inneren Dämonen sie erzählen. Du kannst das doch sowieso nicht. Oder, wozu die Mühe? Du hast es doch jetzt schön bequem. Welche Dämonen hindern dich an der Erreichung der Ziele? Ist es eine Angst, die dich zurückhält? Eine Angst vor dem Unbekannten? Eine Angst, nicht gut genug zu sein? Um unsere Ziele auch wirklich zu erreichen, sollten Ängste zunächst anerkannt werden als das, was sie sind. Zu erkennen, welche Angst lähmt und was du tun kannst, um diese Angst zu beruhigen, ist der Schlüssel. Wichtig ist zudem, dass die Ziele, Träume und Wünsche nicht miteinander in Konflikt stehen. Zumindest räumlich und zeitlich nicht. Wenn ich beispielsweise ein Haus bauen möchte, wer auch immer das heute noch macht, und gleichzeitig remote von Bali arbeiten möchte, das könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden, diese beiden Ziele in Einklang zu bringen. Also, vielleicht priorisiere ich, sage ich gehe nächstes Jahr nochmal ein bisschen reisen und baue dann danach das Haus. Genauso schwierig ist es, viel Geld zu verdienen, als Prio zu machen und auf der anderen Seite Freizeit maximieren zu wollen. Könnte Konflikte geben. Falls nicht, freue ich mich hier natürlich über Tipps und Hinweise. Wir sollten uns also fragen, welche Ziele, Wünsche und Träume priorisieren wir, wenn es darauf ankommt. Visualisierung ins Tool kommen. Ganz wichtig ist es jetzt, deine Wünsche und Ziele zu visualisieren. Das kann zum Beispiel eine Skizze sein, ein Bild, was du dir ins Zimmer hängst, ein Whiteboard, das du bemalst, eine Leinwand, die du bestreichst. Alles ist drin. Finde deinen eigenen Weg, deine Träume und Wünsche zu visualisieren. Mein Tipp, wähle ein Thema oder ein Motto für das kommende Jahr oder für dein kommendes Projekt. Mein Motto letztes Jahr war beispielsweise inspirieren, engagieren und ermöglichen. Mein Motto für das kommende Jahr wird sein, lernen, was mich fasziniert und wirken mit Hingabe und Liebe. Das fasst meine Prioritäten zusammen, dass es mir im kommenden Jahr vor allem darum gehen wird, wieder mehr zu lernen, mehr ins Lernen zu kommen. Ich bin ein lebenslanger Lerner, so verstehe ich mich selbst, möchte dementsprechend mich in neuen Bereichen weiterbilden, aber auch in welchen, in denen ich schuldig unterwegs bin und da einfach noch tiefer eintauchen. Und vor allem das Wirken, das ist für mich eine ganz wichtige Sache, weil alles, was ich mache, das soll auch irgendwie eine Wirkung entfalten. Also wenn ich Projekte angehe, dann mache ich das nicht einfach nur so zum Selbstzweck. Natürlich steht die Freude auch vorne ganz weit mit dabei, aber es soll auch eine Wirkung haben. Also zum Beispiel hier bei meinem YouTube-Kanal, dass du dich danach entspannter und gelassener fühlst, zum Beispiel nach so einem Video oder dass du dich inspirierter fühlst. Das kann auch schon so eine Wirkung sein und das ist das, was ich erzählen möchte. Also ein Motto oder auch ein Leitspruch kann dir als Nordstern oder auch als Kompass-Mörte dabei helfen, dich über das Jahr zu orientieren, immer wieder zurückzufinden und auch zu schauen, ob du on track bist. Und damit du direkt starten kannst, die wichtigste Frage, um ins Tun zu kommen, in der ersten Woche des Jahres, was kannst du bereits jetzt für Entscheidungen treffen, um deinen zwei, drei größten Zielen dieses Jahr bereits näher zu kommen? Wichtig ist es auch, sich regelmäßig wieder anzuschauen, was du visualisiert und aufgeschrieben hast. Monatsreflektionen können helfen, um zu schauen, wo man gerade selbst steht und wo man vielleicht nachjustieren sollte. Ich setze mir dafür, für das kommende Jahr direkt Blockertermine im Kalender, damit der Alltag nicht wieder dazwischen kommt. Auch wenn es wichtig ist, wirklich in die Umsetzung zu kommen und seine Träume und Wünsche zu jagen und zu verfolgen, bleibt eines ganz wichtig. Nicht am Ziel wird der Mensch groß, sondern auf dem Weg dorthin. Ralph Waldo Emerson Gerade weil die Welt sich so rasant verändert, ist es wichtig, dass wir uns selbst immer wieder neu entdecken. Wir müssen lernen, dass es okay ist, sich unsicher zu fühlen. Das halten, was uns wichtig ist, aber auch offen für Neues sein, um nicht auf der Strecke zu bleiben. Kontinuierliche Veränderung als Grundprinzip der Natur zu verstehen, sich ihr nicht zu widersetzen und sie anzunehmen. Das ist für mich, wie ich Veränderung begrüßen möchte, und mich dadurch nach und nach selbst neu erfinde. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht er schlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Sich selbst neu zu erfinden, ist ein unheimlich schöner Prozess. Ich glaube, wir werden unser Leben lang diesen Prozess haben, in irgendeiner Form, auch wenn wir den jetzt nicht so aktiv angehen, wie in dem Video dargestellt und wenn das einfach so passiert, werden wir uns einfach kontinuierlich weiterentwickeln. Und es ist so einfach schön, auch einen Einfluss darauf haben zu können, wie man sich entwickelt und wie man sich neu erfindet. Und das habe ich versucht, mit diesem Video zu zeigen. Ich hoffe auf jeden Fall wirklich, dass du daraus was mitnehmen konntest für dich. Und ganz besonders interessiert mich jetzt, was ist eigentlich dein Fokus in den kommenden Monaten? Was ist dir besonders wichtig? Teilt das doch gerne einmal mit uns unten in den Kommentaren. Das würde mich riesig freuen und interessieren. Was aber diese ganzen Möglichkeiten, die wir mittlerweile haben, mit uns machen und wie man da überhaupt noch Entscheidungen treffen kann, darüber hat mein YouTube-Kollege Leon ein richtig cooles Video gemacht. Auf jeden Fall mal reinschauen. Das kannst du hier oben links klicken. Wenn du dich also auch fragst, wie ich mich von diesen ganzen Möglichkeiten nicht lähmen lasse, Entscheidungen zu treffen, klare Empfehlung, richtig gut geworden das Video. Und wir, wir sehen uns auf jeden Fall hier ganz bald wieder, auf diesem Kanal oder dann in der WhatsApp-Community. Link findest du auch unten in der Videobeschreibung, wie schon erwähnt. Und da freue ich mich darauf, wenn wir uns, ja, im neuen Jahr wiedersehen. Ich wünsche dir auf jeden Fall besinnliche Tage, alles Gute und bis bald.